An die rote Ecke gefahren sind auf Stefan Zulig von Brennenwald. Und die rote Ecke der Blitz, der Mann Zulig, 78 Kilogramm von Brennenwald und der Mann wird gespannt, wer sich da in der blauen Ecke gleich aufhalten wird. Dann berufen wir in die blauen Ecke, Thomas Steiner von Kwanchen. Herzlich willkommen, der blauen Ecke, Thomas Steiner von Kwanchen. Dann berufen wir in die blauen Ecke, Thomas Steiner von Kwanchen. Dann berufen wir in die blauen Ecke. Dann berufen wir in die blauen Ecke. Dann berufen wir in die blauen Ecke. Und der Ring ist frei für die Runde 1. Und der Ring ist frei für die Runde. 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 Und der Ring ist frei. Und der Ring ist frei für die Runde. 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 Und der Ring ist frei für die Runde.